Ja, herzlich willkommen zu XCOM Enemy Unknown mit dem ARS Reiter an Bord. Ja, hallo und recht herzlich willkommen. Und mit mir, dem Baldassar. Wir spielen, wie beim letzten Mal, wieder 20.000 Tickets. Die Mannschaften bzw. die Einheit, die man sich aufgestellt hat, ist so ziemlich gleich geblieben, zumindest bei mir. Aber wir haben diesmal eine andere Karte, und zwar Zentralfriedhof. So, da der Baldassar anfängt, übernehme ich dann mal ein bisschen, weil der muss jetzt arbeiten. Ich kenne die Map nicht, ich kenne, ja, es regnet hier, das ist schon mal schön zu sehen. Und der Baldassar wird seine Truppe natürlich voranschicken, und dann werden wir mal schauen, wie das diesmal wird. Ich hoffe, ich habe noch eine Chance, aber der Taktiker ist nun mal der Baldassar. Dann muss ich mal gucken, dass ich nicht sofort wieder alle begraben muss. Aber wir sind ja auf der richtigen Stelle auf dem Friedhof. Ich bin schon überrascht, wenn sie dahinter sind. Ab und zu habe ich auch Überraschungsmomente. Oh, ich bin schon dran. Ja, der Baldassar ist am Zug. Okay. Also wie gesagt, ich habe bei mir, das Team ist so wie beim letzten Mal, ich habe da keine Veränderung vorgenommen. Einmal wollte ich keine Zeit gehabt, mir da noch mal was anzusehen. Obwohl ich da eine Person, beziehungsweise eine Figur bei mir auf dem Spielfeld habe, die würde ich gerne nicht mehr spielen. Aber dazu kommen wir bestimmt noch. So, ja, die Map ist eigentlich die Leute, die den Einzelspieler-Modus exzessive gespielt haben, eigentlich recht bekannt, weil da kommen die nämlich auch öfters mal vor. Es ist auch wieder so, dass die Map relativ klein ist und in der Mitte mehr der zentrale Punkt ist, beziehungsweise der Art ist, wo dann das Gefecht zum größten Teil stattfindet. Okay, mal gucken, wie wir hier vorankommen. So viele Leute zu machen und so wenig Zeit, ne? Ja, das ist das selbe Problem wie beim letzten Mal. Ja, aber wenn die Ersten dann, ne, das Zeitliche gesegnet haben, dann geht es wieder besser. Das ist nur im Early-Game so. Wenn der Baldassar mir die ersten drei umgenietet hat, habe ich mir Zeit zum Überlegen. Irgendwie will der jetzt nicht. Toll, das ist super, dann läuft meine Zeit auch weiter. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gemerkt. Das ist manchmal ein wenig komisch von der Steuerung. Ich weiß aber nicht, an was das Licht ist. Das ist mir jetzt so in dem Single-Player-Modus eigentlich nie so oft gefallen. So, jetzt wird es langsam knapp von der Zeit. Ja, ich bin, glaube ich, durch. Ja. Gut, dann mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie groß die Karte ist, aber ich denke mal, so. Du kannst es eigentlich, wenn es du anders an den Rändern gehst. Ja, ja, klar, ich sehe, aber dann ist ja irgendwann der Nebel da, ne? Ja, aber du kannst es ungefähr abschätzen. Also viel Bewegungsfreiheit halt mal eigentlich, ne? Das ist ja... Ja, wäre auch langweilig, ne? Ja. Wenn man da eine halbe Stunde rumlaufen müsste, wäre das schon ja nichts. Genau. So, jetzt muss ich mal gucken. Dann gucken wir mal ganz hin. So, du bist dran. Ich bin schon... Oh, das ging aber flott. Mhm. Ich konnte mich nicht so viel bewegen, weil das so ein paar Gegenstände da dazwischen war. Und ich wollte mir die ganzen Bewegungspunkte aufgeben. Aha. Aber nicht, dass du auf mich wartest, irgendwo ums Eck. Aber das ist aber jetzt so doof. Ich wäre gerne noch über Anlass hingelaufen, ne? Geht ja jetzt gar nicht. Ah, super. Das hat gut geklappt. Naja, egal. So. Okay. Man muss wirklich fix dran denken, dass man, ne? Ja. Komischerweise höre ich auch keinen Trappel. Und das letzte Mal könnte man Schritte hören. Also das ist schon sehr verdächtig. Die Karte ist ein klein bisschen, glaube ich, größer. Das kann gut möglich sein. Ist sozusagen grave Stille auf der Karte. Grabe Stille, genau, genau. Du hörst so viele andere Geräusche wahrscheinlich. So war es der letzte, ja. Ich bin gespannt, wie sich das hier weiterentwickelt. Ja, ich aufreche im Moment. Wo ist er denn? Ja. Und meistens im Rücken, ne? Oh, das ist dieses Mal schon ein bisschen anders. Okay. Ich bin gespannt. So, jetzt laufe ich gerade mit dem letzten, Mann. Okay. Und du bist dran. Gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Was ist der das? Da hört man gar nichts. Also das gibt's nicht. Entweder bist du meilenweit von mir entfernt. Das kann doch nicht sein. Ich hab die Puschen angezogen. Aha. Jetzt hat sich was getan. Da hab ich was gehört. Okay. Nur zur Info, ich hab die Runde vorher schon was gehört. Okay. Ach so, das geht leider nicht. Bis wiedersehen. Und dann bin ich ja gespannt. Und, hab ich noch einen? Ich glaube, ja. Oh, die Zeit läuft auch ab, aber passt. So. Feind in Sicht. So, so. Ah, daneben. Okay. Ich bin wieder raus. Das ist cool. Okay. Boah, das ist aber gemein. Dicke Wummel. Ist das mit dem Feldposten, wenn man den einmal benutzt hat, dann geht er nicht mehr? Oder passiert das auch, dass man mehrmals das sehen könnte? Weißt du auch nicht, ne? Wie? Also Feldposten ist... Ja, wenn da zwei vorbeilaufen, dass er auch zwei angreift. Ähm, normalerweise glaube ich nur einmal, aber es gibt Soldaten mit speziellen Fähigkeiten. Die muss man, glaube ich, auswählen, aber frag mich nicht, welche das ist, weil das habe ich bei mir, glaube ich, auch nicht. Aber hattest du nicht letztes Mal bei dir? Ne, ich habe, glaube ich, letztes Mal einen, der das zweimal konnte, ne? Genau. Ja. Weil jetzt, wo du es sagst, das fällt mir dem Hörger zu einem, das... Oh, oh. Naja, der ist ja auch blind, ey. Naja, doch... Ja, blind, so sehe ich das. Blind. Drei Treffer ist schon blind, ist klar, ne? Okay. Kann ich kaum glauben, dass es zuerst eine super Schussposition gibt und dann läuft diese Figur total daneben, ne? Ja. Und die 3% waren das... 55% waren es, ja. 50, ne? Und dann geht es einen Schritt vor und dann war es das. Ah, wer ist denn hier bitteschön dran? Ja, aha. Und... Okay. Gegner am Zug. So, was tun? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwann muss ich ja auch mal treffen, ne? Ja. War auch mal ein guter Treffer. Boah, ey. Oh, ich bin dazu... Oh, ich bin dazu geschwittert. Mhm. So. Den kriege ich nicht, den kriege ich auch nicht. Okay. Ja, man lernt von Runde zu Runde dazu, ne? Ja. Was machen wir denn da? Nicht so viel ist nicht gut. Ja. 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 Ja, das ist ja ein Doof. Ja. 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 Was ist denn, was du meinst du meine. Ja. 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 Das ist jetzt nicht so dolle, aber zum Glück geht das daneben. Man muss auch mal Glück haben. Oh, das sieht nicht gut aus. Das ist Schafschütze. Das war übrigens die Schützin, die vorher da in die Bude reingerannt ist. Okay. Mhm. Ja, ich auch. Einen hab ich noch, oder war es das? Ne, war es schon. Oh, oh. Das war gar nicht gut. Ja, da konnte ich jetzt nicht viel sehen und das war echt doof, aber da konnte ich jetzt auch nicht. Schade. Oh. Lassen wir mal lieber in Ruhe. Da ziehe ich sonst einen Kürzeren. Mhm. Oh, nein. Oh, auch Schafschütze. Na. Okay. Mist, 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 Mist. Feuer eröffnen. Oha. Voll reingelaufen. Oh, dieser doofe Grabstein, ey. Das gibt's doch nicht. War mein Glück. Ja, ja. Und der nächste Grabstein, zum Glück. Wie soll's dir anders gehen, wie mir? Ja. Das wär alles ausgeräumt. Das wär alles ausgeräumt. Das wär alles ausgeräumt. Das wär alles ausgeräumt. Und ich hab die abgeschossen. Okay. Hat er mir etwas mehr davon erwartet. Hm. Hm. Was machen wir dann? Da ist ja noch einmal die Blödsinn sind ja. Mhm. Mhm. Das wär nicht so gut. Für meine Gesundheit. Beziehungsweise für die Gesundheit meiner Leute. Egal, ich muss es riskieren. Das hat ja keinen Sinn. Gibt's doch gar nicht. Ja, das war breit. Das war 15. Ja, das war schon nicht schlecht. Äh. Was mach ich da? Gute Frage, ne? Nein. Okay. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, es piept schon. Ich weiß. Komm schon, ich habe nicht mehr so lange Zeit. Okay, deine. Was machen wir denn da? Es schaut alles nicht so gut aus im Moment. Na ja. Ja, ich bin heute angeschlagen. Ein paar Leute von mir. Ja, wir könnten mal was anderes machen, um einen Gegner aus der Deckung zu zwingen. Aha. Ja, halte ich mal jetzt fest. Oh, jetzt kriege ich so eine Granate oder sowas, hm? Ja, Raketenwerfer war das. Aber er hat nur einen Schuss. Ich glaube, der hat gar keinen zweiten. Das ist, glaube, einmal Geschichte, genau. Das hat mir aber trotzdem nichts gebracht. Nicht wirklich, oder? Obwohl, jetzt habe ich freie Sicht für Mannschaftsschützen. Ja. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Ja. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Ich glaube, der schießt auf mich. Ja. Ich glaube, der schießt auf mich. So. Warum will der denn jetzt nicht? So, jetzt aber. Ja. Okay. Okay. Daneben. Der ist zu weit weg. Der ist zu weit weg. Gut. Und. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Gut ein Schuss. Oh, Mist. Scharfschützen. Habe ich nichts mehr dran gedacht. Okay. Aber meine Scharfschützen sind ja so ein bisschen schwach, ne? Sehe ich gerade. Ich weiß auch nicht. So. So. Wie du siehst. Ja, dass du weit wegführen darfst, ist so ein flerendinger. Nr. Dत Help an. Okay. Schmutz, pass auf. Ah. Verflucht, genau. Das ist ja richtig doof gewesen, ne? Hm. Scharfschütze von dir gefällt mir nicht an der Hose. Irgendwann da. Ich komme nicht gescheit dran jetzt im Moment. Okay. Und ich glaube, ne, einen habe ich noch. Einen ist ja... Ja. Du bist. Jo. Gute Sache. Ja. Ich sehe momentan nur den einen von dir. Das ist immer gut. Mhm. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wen du siehst, aber ist auch egal. Ja, die Klaue. Mist, diese Scharfschütze da in dem Eck, der fällt mir gar nicht. Okay, das reicht aber glaube nicht, oder? Nein. Nein. Hab keine Munition! Das ist gut. So. Tja. Jetzt müssen wir den mal von der... ...Hauswand für... ...für hier auch hin. Mhm. Jetzt kommt wieder so'n dickes, fettes... ...Hm. Voll doof. Äh, ja. Was haben wir denn hier? Nichts besonderes hier, oder wie sehe ich das? Das ist echt ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Ja. Macht er das jetzt nicht? Kommt schon. Möchte er nicht so, wie du willst. Genau so ist es wieder. Ja, also... Ist schon ein komischer Moment, wenn wir mit der Steuer sein. Ja, ich weiß auch nicht. Was muss ich denn drücken, damit er schießt, der Raketenwerfer? Ja, du musst... ähm... Ja. Okay, halt. Ich hab's raus. Ist klar. Es dauerte seine Weile, aber jetzt hab' ich's. Ja, das ist ein bisschen schuldig. Ich dachte, du musst jetzt Essen für der Kräuter irgendwie umwechseln. Ja. Bin wieder da! Ja, das ist nur doof, wenn... Ja, zumindest hab' ich jetzt keine Deckung mehr. Ja, ich auch nicht. Aber ich hatte auch keine Bewegungspunkte in dem Moment leider mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist schon mal schön, dass du daneben schießt. Da hab' ich noch ne Chance. Ja. 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 Der hat die Person da gerne weggezogen, aber das wollte er nicht. Das hab' ich jetzt nicht so ganz verstanden, oder? Ja. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Irgendwie ein Mauersplitter ins Auge gekriegt, oder was? Ah, Mist. Ja, aber bei der Trefferquote, die meine Leute haben... Das kann ich gar nicht verstehen, denn die sind, glaub' ich, ziemlich gut, oder? Eigentlich schon. Und das sind ne gute Rüstung und so, das sind die, glaub' ich. Ja. Irgendwie komisch. Ja, und... Ne? Ja, das ist halt das Gegenstück dazu. Gut. Captain Lauren verblutet in drei Runden. Ja, aber ich hab' keine Chance, da glaub' ich hinzukommen, ohne mein Leben zu riskieren. Ja. Das ist auf jeden Fall eine ungünstliche Stelle, sag' man's mal so. Ja. Alles ausgescheitzt. Okay. Mein Stotflintenmann wurde erwischt. Daneben. Hm. Das hätte ich jetzt abgedacht, dass du mich da erwischt. Ich dachte, ich bin da außer Schusslinie. Wie kann ich denn durchblättern? Wo war das denn noch? Ähm, das ist, ähm, auf der linken Seite sind solche zwei Pfeile. Der Pfeil? Nee. Und dann kann er wohl nur einen sehen. Das ist ja auch interessant. Ah, egal. Interessant Volltreffer. Ja. So. Gegner ist dran, ne? In dieser Runde zwei geschafft. Naja. Da hast du noch vier, ne? Sonst hatte ich noch... Nee, da hinten... Doch. Zwei hab' ich erst, ne? Ich hab' jetzt noch... Vier, ne? Ich muss jetzt einfach mal durchzählen, oder was? Oder hattest du einen... Nee, du hattest einen von Anfang an weniger? Oder wie war das? Ja, ich hatte einen von Anfang an weniger. Ich hab' jetzt noch drei Stück. Oh Gott. Das gefällt mir gar nicht im Moment. So, was machen wir denn da? Du wirst nicht in die Schusslinie laufen. So. Oh, das ging aber flott. Ja, bei drei Leuten. Hat man nicht mehr so viel Auswahl. Und der eine musste sogar noch nachladen. Okay. Warum will der da jetzt nicht hinlaufen? Super, wieder. Hm. Jetzt geht's, komischerweise. Wenn du fünfmal hingemacht hast, dann geht's. Ja, daneben. Super, ey. Zum Glück. Der hat gar nicht schießen müssen. Oh, kritisch! Aha. Puh. Das schaut ganz gut für dich aus, glaub ich. Na. Wenn so gewisse Sachen nicht wären wie nachladen. Ich bin wieder am Karten. So. Hier ist der. Okay. Ich warte. Ja, ich überlege kurz. Na ja, okay. Oh oh. Das war ein Präzisionsschuss. Tja. Wurde ich wohl sagen. Ah, jetzt hab ich das. Ist da noch? Hä? Was denn? Achso. Ne, ich hab gedacht, da ist ein Loch in der Wand. Ne. Das gibt's aber trotzdem nix, weil ich dann noch kein schades Trefferbild hab. Beziehungsweise keine schade Schusslinie. Mhm. So. Jetzt darf ich. Captain Auron verblutet in einer Runde. Ja, aber. Ist noch schlechter geworden, sie zu retten. Ja. Hä? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Ja, geht manchmal, ne? Also. Durch die Wand, ne? Ja, komisch. Elektrisch wahrscheinlich. Aus dem einfachen Grund gehe ich von aus. Du bist. Ich hab ja nicht mehr so viele zuhause. Das war. Daneben. Ich probier's. Schrotflinte oder was war das? Was? Du hast jetzt grad ne Schrotflinte oder was die ich gehört hab? Ne, ne? Hattest du ja nicht mehr, ne? Ne, ich hab nur nachgeladen. Ja. Das hat sie nur so komisch gemacht. Oh, ja, 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 ja. Was? So, wer ist das jetzt? Er? Hm. Wie kann ich das abwählen? Das ist jetzt hier die Frage. Was denn? Das schießen? Ja, genau. Escape drücken oder was? Oben links ist nochmal so wie so ein Pfeil, der nach ganz rechts zeigt. Wenn sie den drauf drückst, dann geht's erstmal wieder zurück. Ein Pfeil, der ganz nach rechts zeigt? Ganz links. Ach so, der mit dem Flüchtenden oder was? Ja, genau. Wenn sie da drauf drückst, dann gehst du wieder zurück aus der Option. Und dann kannst du wieder was anders machen. Ach, das ist ja voll doof. Ich wollte zwischen den Leuten hin und her. Wie geht das denn? Das müsste dann, wenn du da draußen bist, müssen zwei Pfeile nach links und nach rechts zeigen. Und damit kannst du hin und her switchen eigentlich. Die hab ich komischerweise nicht zu sehen. Dann kann er nur einen sehen, oder was? Das ist aber komisch, komm, egal. Nein! Das kann's doch nicht sein, oder? Ja, vorhin hast du ihn erwischt. Weil ich krieg dich da aus der Deckung, krieg ich dich da nicht raus. Hm. Ohne näher ranzugehen. Egal. Das ist gefährlich, aber egal. Jetzt ist er erledigt. Nee. Nee. So, jetzt geht da das Leben zu Ende. Nein, doch nicht Glück gehabt. Ich sag's ja, ich muss irgendwie... Muss ich da ran. Das hilft nix. Das hilft nix. Ah. Diesen einen Punkt. Glück gehabt. Ja. Dein Zug. Wenn der jetzt daneben ging, ne? Das kann's doch nicht sein, oder? Der steht auf offenen Feld, oder? Das ist nicht wahr. Das kann auch nicht sein. Das hätt' beim ersten Mal schon sein müssen. Das hätt' schon beim ersten Mal sein müssen, sehe ich auch so. Oh je. Oh je. Weißt du, der steht hinter der Säule. Das kann ich ja dann noch verstehen, ne? Ja. Ja. Aber trotzdem. Der hat 58 Prozent, wurde der angezeigt, also... Ja, ich hatte eben 79 Prozent und der schießt daneben, ne? Ach. Waffe leer. Waffe leer. Gut. Hör ich gerne. Ja, glaub ich. Schön in exponierter Stellung davon. Ja. Schön, dass ich auch die Waffe leer hab, ne? Wir werden nicht also noch nie vergessen. Ja, ich kann wohl nicht. Ok, du. Ja. Nein. Du hast, du. Ja. Du hast, du hast, du hast, du hast das zu machen. Was mache ich jetzt? Sieht nicht gut aus. Ja. Aber es sieht nicht gut aus, deswegen, dass das Problem... Siehste, ich habe es mir gedacht, dass das keinen Sinn macht. Aber egal. Und das war es jetzt, denke ich. Den du in der Säule beschossen hast. Gut. Wir haben wieder eine Runde zu Ende gehabt. Zweite Runde an dich. Aber es war schon besser, genau. Ich muss nächstes Mal ein bisschen an ein Team passen, weil dieses Alien, das ich da immer mitführe, das wollte ich euch das letzte Mal schon rausschmeißen. Okay. Ja, will ich jetzt nicht sagen. Kann auch was taugen, ne? Naja, okay. Hat aber gut geklappt, denke ich. Würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Genau, da schließe ich mich an. Und wir sehen uns bestimmt beim dritten Teil dieser Reihe. Denke ich auch. Und ich hoffe, dass ich dann etwas besser abschneide. Okay, alles klar. Tschüss. Du bist du. Ciao. entropy. Her cops gravier. δή